Hallo, ich bin Christian, 28, Diplom-Ingenieur in Versorgungstechnik und komme aus Horreuth. Ich habe ein Jahr lang in Südafrika ein Sportprojekt geleitet. Ich habe das gemacht, um mich persönlich weiterzuentwickeln und die Welt kennenzulernen. Es ist das Abschiedsgeschenk des Sportgarten Isitumbas, eine Solokrone. Vielleicht sollte ich ein bisschen was zum Projekt erzählen. Das Projekt gibt es hauptsächlich, um den Kindern eine Alternative zu bieten, zum grauen Alltag, will ich es mal nennen. Hauptsächlich ist es für die Kinder eine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, sich zusammenzufinden, ihre Stärken und Schwächen auszuloten, um später einmal in ihrem Leben, vielleicht, wenn wir Glück haben, besser zurecht zu kommen. Ich kann es jedem nur empfehlen, dass er einmal in seinem Leben so eine Erfahrung macht, um zu sehen, wie es ist. Weil ich kann nur davon erzählen. Erleben muss man selbst.